Unter Wasser. Ach, holy. Okay. Ähm. Ja, dem kann durchaus so sein. Ich muss wirklich unter Wasser lang. Alter! Okay. Alter! Alter! Das reicht! Meint ihr nicht auch? Doch. Also hier ist es jedenfalls nicht so neulich von Vorteil. Vielleicht hier drüben. Ach, kommt halt Maul! Einmal durchatmen bitte. Wieder ist nix. Alter, wie komme ich hier weiter? Äh... 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 Moment. Okay... Da komme ich hoch. Das ist schon mal ein Anfang. Nee... Wirf das Messer... Nee... Vielleicht doch irgendwas da hinten? Achso, da kann ich wieder auftauchen. Ah... Okay... Ich möchte die Waffe wieder wechseln. Sicher ist sicher! Ich mach auch mal grad nochmal ein Savepoint. Das schreit danach, dass da jetzt gleich irgendwas angreift. Alter... 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 Ich hasse diese Fische, ehrlich! Da hinten ist jedenfalls was zum Heilen. Das Ding schwimmt auch relativ hoch. Das Teil... Du elender Fisch! So, jetzt speichern. Das Ding war offen. Das sind Gewichte. Luft! Ventilator. Uncool. Uncool. Speichern. Okay... Es geht doch... Irgendwie... Das Wasser geht noch höher. Ich muss schon wieder tauchen. Ich bin nur gegengestoßen. Es hat wohl schon gereicht. Du mich auch. Okay. Mehr Fischlies kommen hier grad nicht? Doch, da. Luft holen. Ich bin voll. Ich muss nochmal Luft holen. Hä? Ach, hab ich schon eingesammelt. Okay, nochmal gespeichert. Und go! Das brauche ich grad nicht. Da ist es Luft. Das ist gut. Da ist auch nochmal Luft. Das ist auch gut. Der zieht an! Der zieht an! Der zieht an! Alter! Alice! Luft! Oh! Fuck ey! Ich muss relativ hoch schwimmen. Nochmal Luft! Luft! Oh ne, ne! Alter! Ich hab's echt geschafft! Luft! Oh! Heilen! Fick dich, ey! Ehrlich! Naja, ihr mich auch. Scheiß Fische. Boah. Ah, ihr Drecksviecher. Huh! Ach, fuck. Na, wo seid ihr? Komm her. So. Du mich auch. Oh, leck mich. Aber hier geht's lang. Hm. Aber ich hab doch grad gespeichert. Ach, nochmal Luft holen. Weiß ich, wann ich das nächste Mal zum Luft holen komme. Oh. Alter. Atmen! Und wieder runter. So. Also hier bin ich jetzt. Ich bin wieder im Nebenraum. Ach so. Ja, gut. Jetzt geht's hier runter. Ach, ich brauch zu lange. Jetzt aber. Ah! Ha! Ein Portal! Schwimme ins Licht, Alice! Schwimme ins Licht! Labyrinthische Revanche! Ihr wollt mich doch verkackereiern, oder? Ach! Ihr seid so scheiße, wisst ihr das? Ja, gut. Ach, labyrinthische... Wieso? So! Äh, egal. Ich bin so froh, wenn ich dieses Projekt endlich abgeschlossen hab. Das nächste Alice mit Controller wird etwas einfacher. Hoffe ich. Ja, gut. Weiter! Komm schon! So. Ehr ich mich hier ins Labyrinth, quäle, Leute. Speicher ich ab. Ja. Laden und speichern. Wir gehen auf Speichern. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play American McGee's Alice. Bis dann!